Herzlich Willkommen zu einem Ankündigungsvideo von Heyday Farme Werten Season 3 Finale Ja heute ist es soweit, die Season 3 geht zu Ende, um 16 Uhr kommt der Livestream zum Finale und wie auch im Halbfinale könnt ihr am Ende, falls es einen Gleichstand gibt, was es auf jeden Fall geben wird also zumindest vom zweiten und dritten Platz, könnt ihr abstimmen wer das Ding gewinnen wird oder halt den zweiten oder dritten Platz bekommen wird ich freue mich mega darauf, also es wird echt cool werden ich zeige euch im Stream die Preise, die es zu gewinnen gibt ich hoffe ihr freut euch drauf, ich freue mich auf jeden Fall mega drauf ich bin sehr gespannt, wer das Ding nach Hause holt ich würde gerne einen Pokal geben, aber ich habe keinen Pokal, aber auf jeden Fall richtig cool Season 3 ich freue mich einfach mega ja ich weiß gerade leider noch nicht, wer das Halbfinale gewonnen hat, aber das wisst ihr schon ich musste dieses Ankündigungsvideo nämlich ein bisschen eher aufnehmen auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr gleich um 16 Uhr dabei sein werdet, wird sehr cool werden wir sehen uns dann gleich, haut rein und ciao